Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Das Leben ist ein Hit. Damit hat natürlich vor einiger Zeit schon einmal ein österreichischer Radiosender geworben, der sich netterweise Hit-Radio-Ü3 nennt. Hey, das entscheidet dann wohl doch besser noch ich, oder? Und mein Leben ist definitiv ein Hit, auch wenn diese Bezeichnung sicherlich nicht für jeden Film gelten würde, der über meinen großen Fernseher flackert. Da ist sicherlich auch viel S-Hit-Zeugs dabei. Wobei man auf der einen Seite sagen muss, dass es natürlich auf der einen Seite schon ein bisschen dreist bis putzig ist, dass Regisseure versuchen mit Worten wie Unrated oder Director's Cut Kohle zu machen für Filme, die sie ganz einfach Unrated oder Director's Cut genannt haben. Aber offensichtlich war man bereits vor Ewigkeiten in den 70er Jahren gewillt, mit diesen Schlagzeilen einfach Kohle in die Kinokassen zu spielen. Denn wenn der eigene Film vielleicht schon nicht unbedingt ein Hit ist, dann nennen wir ihn doch einfach so, weil dadurch können wir das Wort Hit auch aufs Cover schreiben, im besten Fall dann auch noch mit einem Rufzeichen. Wobei man an der Stelle von dem tatsächlich als Hit bezeichneten Film äh, Hit sagen muss, dass der einige recht bekannte und interessante Namen auf seiner Seite vorzuweisen hat. Denn als Hauptdarsteller sehen wir Lando Calrissian, Billy Dee Williams, außerdem ist dann außerdem noch die absolute Comedy-Legende Richard Pryor mit dabei. Und Regie hat kein geringerer als Sidney J. Fury geführt, den ich immer irgendwie mit guten Filmen in Zusammenhang Bremen denke. Ach, der Name sagt mir doch was! Natürlich die Leute, die dann gerne über ihn schreiben, erwähnen vielleicht eher so Titel wie Ipcress, streng geheim als seine Regiearbeit. Aber ich glaube, sein bekanntester Film ist dann tatsächlich doch eher Superman 4. Danach hat er dann noch am gestehenden Adler 2 bzw. 4 gedreht, hat mit einigen B-Action-Movies von Showdown über Road Rage Highlands Sieg 2000 von ihm, Wahnsinn, bis hin dann quasi zu den späteren Titeln von Dolph Lundgren mit den beiden Meisterwerken Detention und Direct Action, bis Daniel Burt hat das von Gurten, auf sich aufmerksam gemacht. Aber heute geht es ja tatsächlich um den Film-Hit, der tatsächlich, ich bilde mir sogar ein, dass ich den irgendwann einmal vor Ewigkeiten gesehen habe, auf Basis von der alten deutschen VHS-Auswertung von CIC Video. Da erschien der Film nämlich mit einem irgendwie fast an einen Fernsehfilm erinnerten Cover-Artwork, umgeschnitten mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren. Allerdings gab es bislang keine DVD-Auswertung, überhaupt keine digitale Premiere, überhaupt im deutschsprachigen Raum. Das hat sich jetzt dann allerdings mit der sich in meiner Hand befindlichen Blu-Ray-Auswertung von Wicked Vision im Rahmen der großartigen Black Cinema Collection geändert. Da bekommen wir nämlich ein alternatives Cover-Artwork, das eben nicht das Design der alten deutschen VHS-Kassette gewesen ist, sondern eher auf internationalen Plakatmotiven zu finden, weil ich finde jetzt hier in der IMDb beispielsweise als Titelposter dieselbe Position von den Hauptdarstellern des Films, teilweise eben nur etwas anders angeordnet, nämlich eben nicht so im Fibonacci-Strudel dargestellt, sondern eben einfach grad nebeneinander. Diese Charaktere nur halt eben mit hier noch ein paar anderen Elementen, mit diesem farblichen Streifenverlauf im Hintergrund. Das ist ja auch durchaus interessant. Das Ganze dann natürlich eben hier auf den Spine genauso aufgemacht, wie wir das von der Reihe gewohnt sind. Dann einmal ein kurzer Blick auf das Backcover, da erfahren wir natürlich ein paar Hintergrundinformationen zu dem Titel, beziehungsweise die Tatsache, dass wir hier ein 24-seitiges Booklet von Christoph Kellerbach bekommen, einen deutschsprachigen Audiokommentar von Dr. Gerd Naumann und Christopher Klese, außerdem einen, ich nehme an, englischsprachigen Audiokommentar von Justin Murray von der Black Media Man Cave, das ist ein unglaublich geiler Titel für ein Filmprojekt, außerdem eben noch hier ein paar weitere Goodies und Featurettes, die teilweise sicherlich exklusiv nur für diesen Release produziert wurden. Absolut, absolut genial. Dann können wir im Inneren hier zu dem Film-Hit natürlich die beiden Discs finden, einerseits eine Blu-Ray, beziehungsweise auf der anderen Seite eine DVD ebenfalls, bedruckt mit dem Design, das wir von der Black Cinema Collection kennen. Und dann auch hier ein recht cooles Bild von Billy Dee Williams mit etwas, das man quasi mittlerweile fast schon im Museum finden könnte. Letztens war ich wirklich sehr, sehr überrascht, als ich in Wien im Technischen Museum war und dort meine gute alte Playstation 1 und 2, glaube ich, schon in einer Ausstellung, in einem Museum gesehen hat. Und ich glaube, spätestens dann, wenn das eigene Kinderspielzeug in einem Museum zu finden ist, wissen wir, fuck, wir sind alt. Außerdem gibt es natürlich auch passend zu dem Film-Hit hier die beiden Karten auf der einen Seite, eben hier ein Szenenbild. Das ist allerdings etwas, das man nur als Abonnent bekommen hat. Da hat man eben dieses Mal, anders als bei der ersten Box, bereits alle Karten und auch Plakatmotive auf einmal direkt beim ersten Titel mit dazubekommen und nicht mit jeder Box einzeln. Wer allerdings woanders, wie beispielsweise bei Amazon oder so, einkauft mit dem Black Cinema Collection Steam, entgehen eben diese beiden Goodies. So wie beispielsweise eben hier die direkte Vorlage für das Cover-Artwork von dieser Box. Wie gesagt, basierend auf einem ebenfalls zum Beispiel in Amerika angewandten Motiv, aber hier ganz anders dargestellt. Ich finde eben, dass dieses Cover-Artwork auch mit den japanischen Schriftzeichen drauf gleich noch wesentlich mehr Sinn ergibt eigentlich. Wundervolles Motiv. Sehr, sehr gut, dass da die Vorlage dann auch noch mit dabei ist. Beziehungsweise, nachdem wir vorher das Booklet bereits einmal angesprochen haben, wird es natürlich auch an der Zeit, hier einmal ganz kurz durchzublättern. Wie gewohnt von der Black Cinema Collection eben hier. Ich mag die Aufteilung eben, dass so wie das ganze Innendesign von dieser VÖ, beziehungsweise eben auch die Box an sich alles in schwarz-weiß ist, dass wir hier die ganzen Szenenbilder haben, dass dann der Text grundsätzlich mit den Fett- und großgeschriebenen Titeln dann auch ein bisschen Struktur reinbekommt, dass das alles abwechslungsreich ist. Hier haben wir dann eben zum Beispiel noch einmal zum direkten Vergleich das alte deutsche CIC-Cover-Artwork von der deutschen Videokassette. Aber wie gesagt, ein, wie ich finde, wieder sehr, sehr schön aufbereiteter Release, der natürlich ein würdiger Vertreter für die Black Cinema Collection ist. Und wo ich mich schon sehr, sehr freue, was wir da haben. Ich meine, mit der zweiten Box ist ja bereits alles bekannt, was da auf uns zukommt. Aber mal schauen, weil ich denke mir, eine dritte Box wird da nicht allzu lang auf sich warten lassen.